Bonjour à tous et tous! Okay, nein, Spaß. Die Anmode werde ich jetzt noch auf Deutsch machen. Und zwar, hey und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wie ihr schon vielleicht, ja, im Titel gesehen habt, samt ihr gesehen habt oder jetzt gehört habt. Heute geht es darum, dass ich in einem Championat Französisch rede und ich versuche nur Französisch zu reden. Ich habe schon mal diese Challenge auf Deutsch oder besser gesagt auf Schweizerdeutsch gemacht, habe da ein bisschen reingekackt. Und jetzt schaue ich mal, ob es besser klappt auf Französisch. Mein Laptop, der lüftet gerade so laut. Das ist nicht so cool. Das ist gar nicht kühl. Mein Autofit zieht kacke aus. Ich muss mir mal so ein richtig nices Champion Outfit raussuchen. Ich bin nur gerade so per Zufall ganz kurz angekommen, habe gesehen, oh nein, Champ! Und dann, ja, war es ein bisschen spontan. Und meine Outfits sind ein bisschen außergewöhnlich, wenn man das so sagen kann. Und die Challenge habe ich sozusagen gewonnen, wenn ich wirklich von ins 3, 2, 1, ab da werde ich halt nur noch Französisch reden, bis wenn ich ins Ziel komme. Ah, mal schauen. Vermutlich. Normalerweise so, wenn ich mit mir selber Französisch rede, dann klappt es eigentlich. Aber sobald ich dann vor Leuten reden muss, ist es dann irgendwie immer so weird. Und halt so. Dann fallen mir einfach so Wörter nicht ein, die mir sonst einfach so einfallen würden. Na ja, schauen wir mal. Okay. Championance Gruppe 1. Wer hätte es gedacht? Also, das funktioniert. Das funktioniert. Das funktioniert. Ich bin sicher. Okay. Jetzt bin ich echt gespannt. Wie funktioniert das? Also, 3, 2, 1. Das funktioniert. Ja, das ist ein bisschen schwierig, zu sprechen. Und jetzt, ich bin jetzt mit Französisch. Aber der Anfang war sehr gut. Ja, ich glaube. Ich weiß. Das ist nun besser. Man kann es sagen? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin jetzt mit Französisch. Ich habe es auf der Schule gelernt. Und ich habe jetzt 9 Jahre lang, Ich glaube, ich kann gut sprechen und ich verstehe sehr gut. Oh nein! Nein! Oh! Ich verstehe gut, aber ich glaube, es ist immer ein bisschen schwierig. Aber ich glaube... Oh! Das funktioniert! Das funktioniert sehr gut! Nein! Ah nein! Ich glaube, ich habe nicht geschafft, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht wie es ist. Okay. Und ihr habt vielleicht gesehen, die Video, ich werde es auf dem i. Weil ich war... Ja, es war 4 Monate. Ich war in Frankreich, nein, nicht in Frankreich, aber in Romand, wo wir nur in Frankreich sprechen. Und ich war in Frankreich. Und ich hatte die ganze Zeit mit der Familie, mit den Kindern. Und ich glaube, es war sehr gut. Und... Oh! Oh! Nein! Ich hatte auch eine Medaille. Oder wie heißt das? Das war die ganze Zeit mit der Familie. Das war gut. Das war gut. Das war gut. Das war gut. Ich kann jetzt eh wieder Deutsch reden. Und ich glaube, ich habe die Challenge geschafft. Oder nicht? Besser als auf Schweizer Deutsch. Ui! Also dann... Das war es jetzt schon wieder mit dem Video. Habt ihr mal Lust, dass ich nochmal so ein Video mache? Vielleicht auf Englisch das machen? Oder auf Englisch halt so basic. Aber... Ja. Oder auf Italienisch könnte ich es versuchen. Also dann wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao! Ciao!